ja aber schrei bitte nicht dabei auch noch zu sterben beim runterfallen die einzigen stacheln in der kompletten umgebung zu erwischen und dadurch zu sterben ist echt eine leistung du stehst leute sammelt doch die ja lass mich meine güte du bist total unkoordiniert es ist furchtbar ich glaube da links kannst du kannst du langen doch das musst du hast da mal versucht zu springen zu schneiden dass du dann vielleicht noch links ja ich kann da nicht lang natürlich ich hab dir schon mal erklärt die wand blüht nicht soll ich da runter ja aber wahrscheinlich müsstest du normalerweise hier hoch klettern und wir haben jetzt den umgekehrten weg hast du da oben jetzt alle münzen gesammelt hier komme ich aber gar nicht hochgesprungen oder doch aber das ist wahrscheinlich sehr schwer lass es wir sind ja jetzt oben gewesen da passt es ja ja du kannst ja sterben ist ja nicht so wild an der wand sind auch nirgendwo irgendwie sachen dass man ne also ich sehe jetzt stirbt du hast ein chat so dann gehen wir nach links da oben kommst du nicht hin nicht nicht du lass erstmal hier oben umschauen bevor du runterfallst so siehst du da sind münzen wieder hier sind münzen nicht wundern wenn ihr vielleicht irgendwelches gepolter die holpa hört oh moment moment da kannst du da kannst du links hier geradeaus drücken da kannst du oben landen nicht wundern wenn ihr irgendwie poltern und sowas hört in der nachbarwohnung die direkt angrenzend zu diesem zimmer anfängt kletter doch da weiter hoch was machst du denn ja da ist eine ebene direkt hier rechts genau ne achso ok jetzt ähm ja dann kannst du jetzt vorsichtig an der rechten seite bitte runterfallen ähm ha 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 hier rechts 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 genau ähm in der nachbarwohnung wird nämlich renoviert und deshalb kann es sein dass ihr vielleicht irgendwelche poltergeräusche Also das war jetzt wirklich doof Das war sehr doof Kann es sein, dass ihr vielleicht irgendwelche Poltergeräusche hört So Da oben ist es Wenn du mein Gamepad nicht mal trittierst, vielleicht hochkommen Mein armes Gamepad Du kaufst mir neues Äh, hallo So wie du damit umspringst Das hast du auch schon geschenkt bekommen Ja, da kannst du direkt das nächste mehr Das machst du Ich probiere was Ja, du musst nach vorne springen, wenn überhaupt Wie komme ich denn da hoch jetzt? Da oben Ja, nach vorne, links rüber springen Eieiei, muss der Meister wieder ran Ah Jaja Kaum drohe ich damit, das Gamepad wegzunehmen So, und ich wette mit dir Ich springe Ja Was wolltest du wetten? Nein Nein Warum springst du nicht auf die rechte Seite rüber? Das funktioniert so nicht Das wusste ich Und so habe ich es eigentlich nicht mal gemeint Witzigerweise Wall Jump? Ja, du musst einen Wall Jump machen Damit du vielleicht nach links rüber kommst Ich Nein, so war das jetzt nicht gemeint Du kommst da so nicht hoch Was? Leute, ich weiß nicht, was die da Wie war das? Letztes Mal hast du noch behauptet An einer Wand kann man nicht Wall Jumpen? Nein Schrei doch nicht So Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht, wie ich oben die Münzen kriegen soll Ja, du musst dann nach links springen Wenn du auf der Höhe bist Ja, du warst nicht hoch In der letzten Aufnahmesession hat sie noch großspurig behauptet Nein, ich kann nicht an einer Wand Wall Jump machen Obwohl ich es noch vorgeschlagen habe Und was macht sie in dieser Aufnahmesession? Urplötzlich Wall Jump an einer Wand Wo muss ich abspringen? Ja, weiß ich nicht Ich habe nicht einen Controller Ich kann es nur vermuten Das findet man eigentlich durch Spielen heraus Naja, normalerweise Aber so wie du spielst Hallo Ja, was denn? Alles, was du machst, ist deinen Hintern an der Wand reiben Ida! Nicht schreien, da fehlt eine Münze Sharky Ähm Alles, was du machst, ist deinen Hintern an der Wand entlang zu schrauben Bis der glüht Toll Ja Eine Münze Ei, ei, ei Das kann hier noch ein paar Stunden dauern Überspringt einem Besten einfach die nächsten vier Folgen Nein! Wieso? Ja! Das gibt es doch nicht Du musst zurück Ja Ey, du hast immerhin geschafft, um dir an die Seite zu kommen Aber du hast auch die Münze gekriegt Wann habe ich die Münze gekriegt? Das war nicht ersichtlich, dass ich diese Münze gekriegt habe Nein, war es nicht Ich habe es auch nicht gesehen Toll Das schaffe ich nie wieder Oh, wie geil Ich weiß wirklich, warum ich sie spielen lasse Und mich selber Why? Yeah, man Hier Ja So Ich komme hier hoch Jetzt, nachdem du das machst, was ich vor zig Folgen dir schon gesagt habe Natürlich Ich bin der Wiener Du bist gar nichts Der Wiener Nicht runterfallen, nicht runterfallen Bitte weiter rüberspringen Wir sind ja doch schon gewesen Ja, aber es kann doch nicht sein, dass das alles war Guck mal, da muss es doch irgendwie storytechnisch weitergehen Und jetzt hier runter? Ja Warte, dann geh mal Dann geh mal weiter nach rechts Dann geh mal wieder zurück Also Kann doch nicht sein, dass das jetzt alles war Reden wir mit dem Typen nochmal Da oben hast du schon alles gemacht Ja, das hatte ich Okay Ähm, ja dann zurück Würde ich jetzt sagen Keine Ahnung Da oben hast du schon alles gemacht Vielleicht musst du zum DLC-Typen gehen und mit dem reden Also einen DLC-Händler suchen Nein, 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 nein Hier runter Hier runter, genau Und dann raus Und dann Kam hier jetzt dieser DLC-Computer irgendwo Okay Okay, kein DLC Verfügbar Dann Geh einfach mal weiter Also einfach weiter nach rechts Die Story entlang Oder vielleicht mit den NPCs da oben mal kurz reden Weil wenn du hier hochkletterst Kommen ja NPCs weitere Ich hab sonst keine Ahnung Was sonst noch Naja Nimm das Bla, bla Der gibt uns eh nichts Witz, witz Jaja, bla, bla Kennen wir alles So Der Typ Oh, toll Ja Here we go Was ist dein Problem Du redest doch nur mit mir Weil du Geld ausgegeben hast Für das DLC-Pack Dein Nixer hat aber auch gepasst Jetzt muss ich den drinnen lassen Ich bin der Älteste Älteste, ja Danke, dass du einfach wecklickst Jetzt haben wir aber schon Dings Alles überspringen Überspringen Kennen wir alles schon Bla, bla Oh Du hast die Stadt Vom Schäfer Gerettet Vielen Dank Du bist willkommen Kein Problem Lukas Übersetzungskünste Nun muss ich den Job keep stoppen Was? Der ist jetzt der Bösewicht Kannst du mir helfen? Ich habe meinen Job getan Weiß, ich habe nichts Kontextually relevantes Achso Kontextrelevantes zu sagen Von hier an Okay Wenigstens bist du ehrlich Es ist als wüsste ich nicht mehr Was geschieht Okay Bei dieser neue Abschnitt Nur für neues Geld Müssen wir dann vielleicht Jetzt zu dem Pickaxe Typen gehen In der Höhle Ich Wo war der noch? Der war unten Der war wo ganz anders Dann musst du weiter nach rechts Nach rechts Ja Das war wieder ein Test Mhm Schon klar Ich trainiere dich Bis du rechts und links unterscheiden kannst Musst du jetzt hier runter Oder Ne, halt War der hier schon? Ne, der war im nächsten Kartenabschnitt Dann musst du wieder hoch Und hier hochklettern Genau Hier musst du so hoch Mein armes Gamepad Ich habe genau gehört Dass du es wieder mit Was machst du? Entscheide dich In welche Richtung du willst Was ist das? Was ist das? Examinal Applies to player Status band Gründe Lass mich sehen Wie du dein Weg hier rauskaufst Shopkeep Time until Ben is lifted Never Okay Name change pack Okay Das heißt wir müssen zum Geschäft zurück Und uns jetzt das name change pack DLC kaufen Dass wir unseren Namen wechseln dürfen In shopkeep Nee Shopkeep ist der Bösewicht In dem Computer Ja nein Aber Ich meine Wir müssen uns ein shopkeep nennen Glaube ich nicht Ich glaube Der nennt uns gleich automatisch um Verband Besser Du änderst deinen Namen Und kriegst einen neuen Account Ja Wir werden Dich freischalten Dass du deinen Namen Ändern kannst Sag ich jetzt einfach mal Yep Ehrlich Und es gibt keine Auffüllung Oh du darfst einen neuen Namen Player 2 Super Justin Baby Eine Anspielung auf Justin Bieber Is already taken What Player Sniper Yay Oh Gott nein Hallo Player 69 Ja 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 Krieg mal Du hast einen neuen Namen Herzlichen Glückwunsch Sniper Player 69 Gedönsenkirchen So Ein bisschen ist es langweilig geworden Weil Röpka langsam Ähm Gut wird in dem Spiel Und deshalb irgendwie Boah Entschuldigung Ja das ist das Schöne Kaum lobe ich sie einmal Macht sie direkt wieder Mist So Soll ich Examine drücken Ja Vor allem Examine Das ist eine Mine genau Examine Status neuer Player Willkommen neuer Player Ja dann mal weiter Ja ja große Gefahr Bla 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 Kennen wir So Und weiter Weiter Immer weiter Nicht so Oh was bist du so zögerlich Lauf 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 Läufst du So weiter 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 Wollte ich mal mit denen sprechen Gleich Lass erstmal gucken Okay dann ist der Minentyp Doch woanders gewesen Ich habe den Weg Weiter blockiert Ähm Es ist keine Zeit Dir irgendein DLC zu verkaufen Was dir helfen würde Schocky Pess Denk nicht mehr daran Eine Pickaxe in den Höhlen zu suchen Ja Jetzt freut Dann reden wir mit den Schafen Grins Was So dann wieder hoch 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 Äh Entschuldigung Dann war doch der Höhleneingang zu dem Typen hier unten Aber wahrscheinlich hätten wir die Pickaxe auch nicht gekriegt Bevor wir nicht das Angeschaut hätten Denk ich mal Sie springt wieder sehr kompliziert Yay Überall diese Schleichwirrung Hier runter genau Und dann hier rechts Und da ist er Jawoll Ähm du musst mit ihm reden Aber die Pickaxe ist weg Ja red doch mal mit ihm Ich muss paar Steine kaputt machen Hast du eine Pickaxe für mich Eine Spitzhack Die ich bohren kann Die du mir ausleihen kannst